Hihi Hm, das könnten jetzt Möglichkeiten sein Neue Möglichkeiten schon wieder So, ne was ist das nachher da mal, also da, 50 Ah na 50 So sieht man da überhaupt, sind die aktiviert? Ja, aber warte ich muss die gleich nochmal neu aktivieren Achso, ja, da gehts nirgends Ich glaub ich musste da nochmal ein Weineich aktivieren da 50, ja Ah na 50 Ich meine, hab's eigentlich noch unbenennt, aber Gut, egal, jetzt Jetzt brauchen wir Do KS Brücken 32 Ah ja Das tun wir weg Äh, was, ach so warte mal Da tun wir das auch gleich weg da Dann haben wir da gleich einmal Gleich mal die richtige Schiene auch einmal Gut dann Äh, irgendwas, warte mal Ah ja, das passt eigentlich nicht schon ganz gut Obwohl, äh Ja ist ja wohl echt egal Das ist jetzt Lass mich viel Oh也 Oh ye A ADAM Was hab ich da für Straße ne Ah, was hab ich da für Straße Boah, schon wieder halbgestracht Gut... Dann ist das nicht so tragisch Dann... Äh... Na komm... Dann lassen wir es so Gut... Achso... Oha... Das habe ich jetzt nicht bedacht, aber... Das ist nicht so tragisch Gut... So... Jetzt haben wir das eigentlich auch gut gelöst Äh... Warte... Ich habe nicht irgendwo gesehen, dass da... Signale füllen Na... Äh... Wurscht Na... Egal... Jetzt haben wir das, aber... Achso... Hm... Hm... Es braucht heute eigentlich... Nötig ist zwar nicht... Das ist da... Äh... Oha... Nö... Das ist nicht gut... Was ist das? Nein... 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 Ah... Der Motor ist auch frisch... Scheibengeister... Das ist nicht ganz... Da... Da... In der Leidung... Nein, das kann man auch, das passt ja. Na, das geht schon. Ja, pfff! Gut, passt. Okay. Das ist egal jetzt da. Jetzt braucht er die da eigentlich. Sonst braucht er die eigentlich nicht. Hm. Wurscht. Ich weiß ja nicht wie man das spielt. Wurscht, egal jetzt da. Das ist jetzt egal, das ist jetzt nebensegel. Momentan. Kannst du dann eh ausprobieren. Ach so, das ist äh... Gut. Es scheint. Gut. Gut. Psss. Ach Gott, das muss ich da auch noch einbringen da. Psss. Dann geht mir aber der Plot schon schön aus da. Nein, warte mal, das mache ich anders. Dann mache ich nochmal so beim U-Dre-Eck. Psss. Psss. War ein Doppel das? Psss. Später. Aber... Ja. So, das ist dann eigentlich. Aha, warum ist das jetzt nicht so gegangen? Weil ich weh noch. So, ja. Schauen wir mal. Kommt die auseinander... Ah, nicht wirklich. Ja gut, egal jetzt da. Jetzt muss ich die entweichend noch umbenennen da. Auf... Ähm... 2er 50. Psss. Da muss ich die eventuell nochmal... Aktivieren. 2er 50. Aha, da habe ich wieder Angst. 2er 50. Also das sind dann, glaube ich. Dann habe ich die vorbei. Gut, dann muss ich da... KS... Weil das Signal ist eigentlich für... 2er 50. Dafür kann man nix da. Was ist denn... Was ist denn da mit des... Linie 1? Ja, ich da! Was ist da, ja ich da! Das ist die... Aha, das ist die Straßen. Ah, ja. Guckt schon viel viel besser aus. Äh, ja. Gut. Das kann man vielleicht so machen. Dass das auch so betrieben ist. Aber da hat es dann mal so... Ja, das ist besser. Wäre besser als wieder oben. Nein, das so. Oh, so, so. Normalerweise müssen das... Ja. Gut, weil da hinten ist eigentlich ein ganzes Signal. Das ist mir schon klar. Hm. Hm. Oh, was war nicht... Warte mal, geht das? Na, das geht nicht. Weil der kommt... Der kommt... Der kommt... Der kommt... Der kommt... Der kommt... Der kommt nicht auf die richtige Spur. Falscht schon. Äh, führt da unten... Warte mal... Der kommt nicht auf die Oberfläche. Wo ist das? Warte. Warte. Ach so. Schau, der Greifzykosignal Ich sag das Nein Schau, alle zwei grün Ah Na Gott, kürzer Dank, wenn nichts ins Ghetto ist Richtig angedockt So, das ist sicherlich gelb Anders können wir uns das mal vorstellen Ja, was sag ich ... Ja, gut, was soll ich die Leiter-Fall-Liter-Signal-Euss Uhhhh Gut Und da muss ich es auch noch einsetzen. Und das wieder... Keine Ahnung warum und wieso. Wieso aber... Ich verstehe das auch nicht ganz die Signale, aber... Wenn es funktioniert, dann funktioniert es gut. Aber wenn du irgendwann Vögel einbaut hast... Und du nicht weißt wo und wie, wo es war und dann... Müssen wir Umleitung einbauen, 140... Bleibt auf rot, gut, egal. Gut... Und der ist da... Okidoki... So, da haben wir sicherlich wieder Probleme... Ah nein... Wow... Ich glaube es ja nicht... Ah, das war ein Stück weit... Sehr gut... Wenn du dann nur noch... Verstehen wir schon noch, wo du vorstehen geht. Da bin ich noch weiter... Er ist noch mal genau... Und da bin ich noch... Da bin ich noch noch... Oh nein... Oh, da steht der verkehrte Weiche So, warte mal Jetzt misse ich die da Ach so, weil die Weiche da verkehrte ist Wie gesagt, dass der immer rot ist, verstehe ich nicht, aber bitte Auch jetzt So Ach, blödsinn, falsch Wenn das zwecken, muss ich das jetzt da umsetzen Okay Okay Aha Ja Warum ist das jetzt da? Ja, ich verstehe, ja fix, das ist ja das Beispiel Warum es auf einmal rot ist Das verstehe ich einfach nicht, aber bitte Das wird wahrscheinlich Das wird wahrscheinlich im Spiel dann Schnellfahrt, oder wie gesagt Ungestürzt Ach so, aber die wir eigentlich Ja, ich verstehe, das ist eigentlich auch nicht da Ach so, weil da auch keine Signale Ich weiß nicht, nein Jetzt misse ich das eigentlich Ja, genau Das letzte Signal hat gefällt, nein? Ja, ich verstehe das Ach, ja, das sagt das Ach so So, jetzt misse ich das eigentlich Oder misse ich die da her Boah Gut, normalerweise misse ich das jetzt da Ich stehe Ich stehe einmal da her Wenn ich das jetzt da umstelle Zack, zack, fährt er da 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 oben, da um Ah ja Ich warte einmal, wahrscheinlich bei Genau, dann fährt der da um Ich meine das Der das da unten ist ja der da umfahrender Ok, warte einmal, das täzt mich gleich hintereinander Ist ja wurscht jetzt das auch Ja Das müssen wir halt dann um das hinteressen Und der jetzt doof Aha, warte einmal, der fährt da grod raus Äh Er fährt grod aus Und wie da Umher, dann ja, das passt schon einmal Das andere Ich glaube, so wie die Weichenstölle Da muss ich es dann umstellen Ich glaube, so wie die Weichenstölle Ich weiß, wann das da ist Ich weiß, wann das da ist Also da müsste ich dann Das umstellen Dass das grün ist Oder auch nicht, ich habe keine Ahnung Das ist wurscht Ah, warte einmal, da kommt der Ja, da oben, ja Weichenstölle Gut Provinz mal, das ist Das ist das 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 ist das Das Wasser fällt jetzt wieder Sehr schön Da wird ja schwindelig, so Gut, die Weiche muss ich auch noch umstellen Gut. Ja, warum wohl? Hm, achso. Gut, dann muss ich stehen bleiben. Gut, die fährt selber weg, die fährt jetzt da. Gut, jetzt fährt D. Gut. Dann halte ich vor. Die ist schneller gefahren wahrscheinlich. Gut. Gut, hat's ungescheut. Gut. Gut. Gut, die fährt jetzt auch. Lahn ich. Gut. Gut. Passt. Gut. 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 den muss ich da drüber bringen und da muss ich da auch noch Weichen setzen Signale, man da wird wahrscheinlich eh nie was öppala eh nie was fahren keine Ahnung schlecht weiß ich nicht wenn da mal ein Kohlzug ausfährt ja gut da vielleicht ein paar Fuhle hinstellen zwei, drei, vier ich da fuhle machen jetzt den Vorplan machen oh da brauche ich bloß da brauche ich bloß Scheibengeister also einfach geht die Verschubsache da auch nicht also da muss ich bloß haben was ich da mit tun jetzt haben wir mal 5-6 Sekunden da hinten fahren oi 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 das ist wieder einmal ganz gut alles nacheinander Jetzt soll man das da zusammenreißen Jetzt nehmen wir einen kleinen Cut